Hast du schon einmal darüber nachgedacht, was passiert, wenn eine Frau lange Zeit ohne Sex ist? Lassen Sie uns das genauer betrachten. Stellen Sie sich vor, Sie hatten eine Zeit lang keine Intimität, wirklich lange. Es stellt sich heraus, dass dies überraschende Auswirkungen auf Sie haben kann. Wir sprechen über die Anzeichen, die auftreten können, wenn Ihr Liebesleben über einen längeren Zeitraum auf Pause steht. Also lassen Sie uns das Ganze aufschlüsseln und herausfinden, was passieren könnte, wenn Sie nicht aktiv werden. 7 Anzeichen, dass eine Frau lange keinen Sex hatte. 1. Gedächtnisprobleme Lassen Sie uns tiefer in die Auswirkungen unerfüllter sexueller Wünsche auf Ihre kognitive Funktion eintauchen. Wenn Ihr Geist ständig mit Gedanken an Intimität beschäftigt ist, ist es, als ob ein Nebel herabsteigt, der Ihre Fähigkeit, sich auf etwas anderes zu konzentrieren, trübt. Sie könnten feststellen, dass Sie bei der Arbeit Schwierigkeiten haben, sich auf Aufgaben zu konzentrieren, da Ihre Gedanken zu Fantasien über Romantik und körperliche Verbindung abschweifen. Diese Ablenkung kann zu Vergesslichkeit führen, wodurch es schwieriger wird, wichtige Details zu erinnern, Fristen einzuhalten oder sich vollständig an Gesprächen zu beteiligen. Es ist, als wäre die Bandbreite Ihres Gehirns voll ausgereizt, sodass wenig Platz für etwas anderes bleibt. Unerfüllte sexuelle Wünsche können zu einem anhaltenden Zustand mentaler Ablenkung führen, bei dem Ihr Geist immer wieder zu Gedanken an Intimität zurückkehrt, selbst wenn Sie versuchen, sich auf andere wichtige Aspekte Ihres Lebens zu konzentrieren. Diese ständige geistige Beschäftigung kann einen Nebel erzeugen, der es schwierig macht, sich auf alltägliche Aufgaben zu konzentrieren. Sie könnten feststellen, dass Ihre Produktivität bei der Arbeit leidet, weil Sie ständig von romantischen Begegnungen träumen. Dieser mentale Nebel kann auch Ihr Privatleben beeinträchtigen und es schwer machen, während Gesprächen mit Freunden und Familie präsent zu bleiben. Sie könnten wichtige Termine oder Details vergessen, was zu Missverständnissen und Frustrationen in Ihren Beziehungen führen kann. Aber fürchten Sie sich nicht, es gibt Strategien, um die geistige Unordnung zu klären. Aktivitäten, die Ihren Geist und Körper stimulieren, wie Yoga, Rätsel oder kreative Beschäftigungen, können eine willkommene Ablenkung von diesen aufdringlichen Gedanken bieten. Diese Aktivitäten halten nicht nur Ihren Geist beschäftigt, sondern bieten auch ein Gefühl der Erfüllung und Zufriedenheit, das helfen kann, die durch unerfüllte Wünsche verursachten Frustrationen zu mildern. Yoga zum Beispiel kombiniert körperliche Übungen mit Achtsamkeit und hilft Ihnen, sich auf die Bewegungen Ihres Körpers und Ihre Atmung zu konzentrieren. Dies kann eine beruhigende Wirkung haben und die Intensität aufdringlicher Gedanken reduzieren. Zusätzlich kann das Üben von Achtsamkeitstechniken wie Erdungsübungen oder geführter Meditation helfen, Ihre Konzentration auf den gegenwärtigen Moment zurückzubringen und dabei Ihre kognitiven Fähigkeiten zu schärfen. Erdungsübungen beinhalten, dass Sie sich intensiv auf Ihre Umgebung und Ihre Sinne konzentrieren, was Ihnen helfen kann, sich im Moment zu verankern und den mentalen Nebel zu reduzieren. Zum Beispiel könnten Sie ein paar Minuten damit verbringen, sich auf die Geräusche um Sie herum, das Gefühl Ihrer Füße auf dem Boden oder den Geschmack eines Stücks Obst zu konzentrieren. Diese Praxis kann den Zyklus sich wiederholender Gedanken über Intimität unterbrechen und Ihnen helfen, die Kontrolle über Ihre Aufmerksamkeit zurückzugewinnen. Geführte Meditation kann ebenfalls sehr effektiv sein. Durch das Folgen einer geführten Sitzung können Sie lernen, Ihre Gedanken zu beobachten, ohne sich in Ihnen zu verfangen. Dies kann Ihnen helfen, eine entspanntere Haltung gegenüber Ihren unerfüllten Wünschen zu entwickeln, was es einfacher macht, Sie beiseite zu legen, wenn Sie sich auf andere Aufgaben konzentrieren müssen. Mit der Zeit kann regelmäßige Meditationspraxis Ihre gesamte kognitive Funktion verbessern und Sie widerstandsfähiger gegenüber Ablenkungen machen. Also, wenn Sie das nächste Mal feststellen, dass Ihr Geist abschweift, nehmen Sie sich einen Moment, um innezuhalten, zu atmen und Ihre Aufmerksamkeit auf die aktuelle Aufgabe zu lenken. Ihr Gedächtnis und Ihre Produktivität werden es Ihnen danken. Indem Sie diese Strategien in Ihre tägliche Routine integrieren, können Sie die Auswirkungen unerfüllter sexueller Wünsche auf Ihre kognitive Funktion mindern und sicherstellen, dass Ihr Geist klar und fokussiert bleibt, selbst wenn Ihr Liebesleben auf Pause ist. 2. Soziale Isolation Stellen Sie sich vor, Sie sind schon eine Weile aus dem Deating-Spiel raus. Vielleicht denken Sie, dass soziale Kontakte Ihnen helfen könnten, jemanden Neues kennenzulernen, oder? 3. Nun, das ist nicht immer so einfach. 4. Überraschenderweise kann es tatsächlich dazu führen, dass Sie weniger bereit sind, sich auf soziale Situationen einzulassen, wenn Sie lange Zeit keine Intimität erlebt haben. 5. Warum? 5. Nun, wenn Sie nicht die Liebe bekommen, nach der Sie sich sehnen, kann das Ihr Selbstbewusstsein beeinträchtigen. 6. Sie könnten anfangen, sich unsicher zu fühlen, als wären Sie nicht gut genug. 7. Und wenn diese Gefühle die Oberhand gewinnen, ist es leicht, sich aus sozialen Situationen zurückziehen zu wollen. 7. Plötzlich stellen Sie fest, dass Sie Einladungen zu Treffen mit Freunden auslassen, potenzielle Dietz ablehnen und sogar die zwanglosen Treffen vermeiden, die Ihnen früher Freude bereitet haben. 8. Es ist wie ein Kreislauf der Isolation, aus dem es schwer ist, herauszukommen. 9. Wenn Sie lange Zeit ohne Intimität sind, kann Ihr Selbstwertgefühl erheblich leiden. 10. Sie beginnen vielleicht, Ihre Attraktivität zu hinterfragen oder zu bezweifeln, ob sich jemand romantisch für Sie interessieren könnte. 11. Diese Unsicherheiten können allgegenwärtig werden und nicht nur Ihre romantischen Bestrebungen, sondern auch Ihre allgemeinen sozialen Interaktionen beeinflussen. 11. Sie könnten anfangen, Ihr Verhalten zu überanalysieren, sich Sorgen darüber zu machen, wie andere sie wahrnehmen, und die Angst vor Ablehnung intensiver zu spüren. 12. Diese gesteigerte Selbstbewusstheit kann zu sozialer Angst führen, die Sie dazu neigen lässt, soziale Situationen ganz zu meiden. 13. Die Isolation kann sich zu einem sich selbst verstärkenden Kreislauf entwickeln. 14. Je mehr Sie sich von sozialen Interaktionen zurückziehen, desto schwieriger wird es, aus den Gefühlen von Einsamkeit und Unzulänglichkeit herauszukommen. 15. Sie könnten sich einreden, dass es einfacher und sicherer ist, zu Hause zu bleiben, als sich der möglichen Peinlichkeit oder Ablehnung des Ausgehens zu stellen. 15. Im Laufe der Zeit kann dies zu einer erheblichen Verschlechterung Ihrer Lebensqualität führen, da menschliche Verbindungen ein grundlegender Bestandteil des emotionalen Wohlbefindens sind. 16. Aber hier ist die Sache, der Kontakt zu anderen ist entscheidend für das Gefühl von Glück und Erfüllung. 17. Soziale Verbindungen bieten emotionale Unterstützung, ein Gefühl von Zugehörigkeit und Gelegenheiten für Freude und Lachen. 18. Auch wenn es schwierig erscheint, versuchen Sie, über diese Selbstzweifel hinwegzukommen und sich an diejenigen zu wenden, die Ihnen wichtig sind. 19. Beginnen Sie mit kleinen Schritten, wie der Teilnahme an Gruppenaktivitäten oder der Wiederverbindung mit einem alten Freund. 20. Die Teilnahme an sozialen Aktivitäten, die nicht auf Dating ausgerichtet sind, kann helfen, Ihr Selbstbewusstsein im Umgang mit anderen wieder aufzubauen. 20. Überlegen Sie, sich für eine Sache zu engagieren, für die Sie sich begeistern, einem Club oder einer Hobbygruppe beizutreten oder an Gemeinschaftsveranstaltungen teilzunehmen. 21. Diese Aktivitäten können ein Gefühl von Zweck und Erfüllung bieten und gleichzeitig ermöglichen, neue Menschen in einem stressfreien Umfeld kennenzulernen. 22. Im Laufe der Zeit, wenn Sie sich in sozialen Situationen wohler und sicherer fühlen, werden Sie es vielleicht leichter finden, wieder ins Datingleben einzutauchen. 23. Denken Sie daran, geduldig mit sich selbst zu sein. 24. Selbstvertrauen aufzubauen und soziale Isolation zu überwinden, braucht Zeit und Mühe. 25. Feiern Sie kleine Erfolge auf dem Weg, wie die Teilnahme an einer sozialen Veranstaltung oder ein positives Gespräch mit jemandem Neuem. 26. Anerkennen Sie Ihre Fortschritte und seien Sie freundlich zu sich selbst bei Rückschlägen. 27. Der Kontakt zu anderen ist entscheidend für die emotionale Gesundheit und das Wohlbefinden. 28. Durch bewusste Bemühungen, soziale Isolation zu überwinden, können Sie den Kreislauf der Isolation durchbrechen und die Freude und Erfüllung neu entdecken, die von bedeutungsvollen menschlichen Verbindungen kommt. 29. Also atmen Sie tief durch, sammeln Sie Ihren Mut und nehmen Sie Kontakt auf. 30. Ihr soziales Leben und Ihr Gefühl von Glück und Erfüllung werden es Ihnen danken. 31. Schlafstörungen Wenn Sie keine Intimität erleben, kann das Ihren Schlaf erheblich beeinträchtigen. 31. Stellen Sie sich vor, Ihr Geist rast, Gedanken an Verlangen halten Sie wach, obwohl Sie nur in den Traumland abdriften möchten. 32. Anstatt sich zu entspannen und einzuschlafen, wälzen Sie sich hin und her und können Ihre Gedanken nicht beruhigen. 33. Dieser Zustand erhöhter Erregung kann es schwierig machen, einzuschlafen und durchzuschlafen, was zu einem Kreislauf unruhiger Nächte führt. 34. Und hier ist der Clou, zu wenig Schlaf macht Sie nicht nur träge, sondern kann auch Ihre Libido beeinträchtigen. 35. Schlafmanne hat direkte Auswirkungen auf Ihr hormonelles Gleichgewicht, insbesondere auf Hormone wie Testosteron und Östrogen, die eine bedeutende Rolle im Sexualverleihen spielen. 35. Wenn Sie Schlafmangel haben, produziert Ihr Körper weniger dieser Hormone, was zu einer verringerten Libido führen kann. 36. Das kann einen frustrierenden Kreislauf schaffen, bei dem das Fehlen von Intimität zu schlechtem Schlaf führt, was wiederum Ihr Verlangen nach Intimität reduziert. 37. Zusätzlich kann unzureichender Schlaf Ihre allgemeine Stimmung und Energielevel beeinflussen. 37. Sie könnten feststellen, dass Sie reizbar, ängstlich oder deprimiert sind, was Ihr Interesse an sexueller Aktivität weiter dämpfen kann. 38. Die kognitiven Auswirkungen von Schlafmangel, wie beeinträchtigte Gedächtnis und Konzentrationsfähigkeit, können auch auf Ihr Privatleben übergreifen und es schwieriger machen, sich emotional mit Ihrem Partner zu verbinden. 39. Deshalb ist es äußerst wichtig, sich mit den sexuellen Gelüsten auseinanderzusetzen und den Schlaf zu optimieren. 40. Wiege zu finden, diese Wünsche zu männlichen und ausreichend Schlaf zu bekommen, kann Ihr allgemeines Wohlbefinden erheblich verbessern. 41. Beginnen Sie damit, eine beruhigende Schlafenszeitroutine zu etablieren, um Ihrem Körper zu signalisieren, dass es Zeit ist, sich zu entspannen. 41. Dies könnte Aktivitäten wie das Lesen eines Buches, ein warmes Bad oder das Praktizieren von Entspannungstechniken wie tiefem Atmen oder progressiver Muskelentspannung umfassen. 42. Ein schlaffreundliches Umfeld zu schaffen, ist ebenfalls entscheidend. 43. Stellen Sie sicher, dass Ihr Schlafzimmer kühl, dunkel und ruhig ist. 44. Investieren Sie in eine bequeme Matratze und Kissen, um die Qualität Ihres Schlafes zu verbessern. 45. Vermeiden Sie es, vor dem Schlafengehen elektronische Geräte zu nutzen, da das blaue Licht von Bildschirmen die Produktion von Melatonin, einem Hormon, das den Schlaf reguliert, stören kann. 45. Regelmäßige körperliche Aktivität während des Tages kann ebenfalls dazu beitragen, Ihre Schlafqualität zu verbessern, indem sie Stress- und Angstsymptome reduziert. 46. Bewegung setzt Endorphine frei, die Ihre Stimmung heben und Ihren Schlafwachrhythmus regulieren können. 47. Vermeiden Sie jedoch intensive Übungen kurz vor dem Schlafengehen, da Sie möglicherweise den gegenteiligen Effekt haben und es schwieriger machen, einzuschlafen. 48. Achtsamtheitstechniken wie Erdungsübungen oder geführte Meditation können helfen, Ihren Geist zu beruhigen und auf den Schlaf vorzubereiten. 49. Diese Praktiken lehren Sie, sich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren und die aufdringlichen Gedanken zu reduzieren, die Sie wachhalten. 49. Das Hören von beruhigender Musik oder Naturgeräuschen kann ebenfalls helfen, eine friedliche Atmosphäre zu schaffen, die den Schlaf fördert. 50. Wenn sexuelle Frustration Ihren Schlaf erheblich beeinträchtigt, sollten Sie andere Formen der Intimität oder Selbstfürsorge in Betracht ziehen, die Ihnen helfen können, einige Ihrer emotionalen und physischen Bedürfnisse zu erfüllen. 50. Dazu könnte gehören, Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen, Hobbys nachzugehen, die Ihnen Freude bereiten, oder Selbstmassage und andere Formen der Selbstberuhigung zu praktizieren. 51. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Priorisierung guter Schlafgewohnheiten und das Finden gesunder Wege zur Bewältigung Ihrer sexuellen Wünsche Ihr allgemeines Wohlbefinden erheblich steigern können. 52. Indem Sie Schlafstörungen proaktiv angehen, können Sie den Kreislauf der Unruhe durchbrechen und ein ausgebogeneres und erfüllteres Leben genießen. 53. Also, wenn Sie das nächste Mal feststellen, dass Ihr Geist rast, nehmen Sie sich einen Moment, um innezuhalten, diese Strategien umzusetzen und sich das Geschenk einer guten Nachtruhe zu gönnen. 54. Herausforderungen beim Selbstwertgefühl Lassen Sie uns nun darüber sprechen, wie ein Mangel an Intimität Ihr Selbstbewusstsein beeinträchtigen kann. 55. Stellen Sie sich vor, Sie waren es gewohnt, sich wie ein wahrer Fang zu fühlen, aber plötzlich kommt die Durststrecke und diese Zweifel schleichen sich ein. 56. Vielleicht beginnen Sie, Ihre Attraktivität zu hinterfragen oder sich zu fragen, ob Sie Liebe und Zuneigung verdienen. 57. Es ist wie ein Schlag ins Gesicht für Ihr Selbstwertgefühl, der Sie unsicher und einfach elend fühlen lässt. 57. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum ohne Intimität sind, ist es leicht, an Ihrer Anziehungskraft zu zweifeln. 58. Die Bestätigung und Anerkennung, die Sie vielleicht aus früheren romantischen oder sexuellen Begegnungen erhalten haben, fehlt plötzlich, und dieses Fehlen externer Bestärkung kann dazu führen, dass Ihr Selbstwertgefühl sinkt. 59. Sie könnten anfangen, Ihr Aussehen kritischer zu betrachten und sich auf wahrgenommene Mängel und Unvollkommenheiten zu konzentrieren. 60. Dieses negative Selbstgespräch kann Ihr Selbstvertrauen untergraben und Sie weniger attraktiv und weniger wertvoll erscheinen lassen. 61. Zusätzlich üben gesellschaftliche und kulturelle Botschaften oft einen hohen Wert auf sexuelle Aktivität und romantische Beziehungen als Indikatoren für persönlichen Erfolg und Glück aus. 62. Wenn Sie nicht aktiv an diesen Bereichen teilnehmen, ist es nur natürlich, sich ausgeschlossen oder hinter den gesellschaftlichen Erwartungen zurückbleibend zu fühlen. 63. Dies kann Gefühle der Unzulänglichkeit verstärken und zu einem Kreislauf von Selbstzweifeln und niedrigem Selbstwertgefühl führen. 64. Aber hier ist die Wahrheit, Sie sind wertvoll, und Sie sind innen und außen schön. 64. Es geht nur darum, sich dessen bewusst zu werden und Wege zu finden, dieses innere Funken wieder zu entfachen. 65. Selbstwertaufbau und Pflege sind eine innere Angelegenheit und beginnen mit Selbstakzeptanz und Selbstmitgefühl. 65. Erkennen Sie, dass Ihr Wert nicht von Ihrem Beziehungsstatus oder Ihrer sexuellen Aktivität abhängt. 66. Sie sind wertvoll und verdienen Liebe und Respekt, einfach weil Sie sie sind. 66. Hier kommt die Selbstfürsorge ins Spiel. 66. Sich Zeit zu nehmen, um sich selbst zu verwöhnen und Körper und Seele zu pflegen, kann Wunder für Ihr Selbstbewusstsein wirken. 67. Selbstfürsorge kann viele Formen annehmen, vom Genießen eines entspannenden Bades oder dem Verfolgen eines Hobbys. 68. Das Sie lieben, bis hin zur Beibehaltung einer gesunden Ernährung und Trainingsroutine. 69. Körperliche Selbstfürsorge kann helfen, sich im eigenen Körper besser zu fühlen, während emotionale Selbstfürsorge helfen kann, negative Emotionen zu verarbeiten und abzubauen. 69. Denken Sie daran, Selbstfürsorge ist nicht egoistisch, sie ist Essenziel für Ihr allgemeines Wohlbefinden. 69. Aktivitäten, die Ihnen ein gutes Gefühl über sich selbst geben, können ebenfalls Ihr Selbstwertgefühl stärken. 70. Dazu könnte gehören, eine Leidenschaft zu verfolgen, persönliche Ziele zu setzen und zu erreichen oder eine neue Fähigkeit zu erlernen. 71. Das Gefühl der Erfüllung und des persönlichen Wachstums, das aus diesen Aktivitäten hervorgeht, kann Ihr Selbstwertgefühl und Ihre Kompetenz stärken. 71. Und vergessen Sie nicht Ihr Unterstützungsnetzwerk. 72. Ihre Freunde, Familie oder sogar ein Fachmann können Ihnen den zusätzlichen Schub an Ermutigung geben, den Sie am meisten benötigen. 73. Umgeben Sie sich mit Menschen, die Sie erheben und unterstützen, und zögern Sie nicht, um Hilfe zu bitten, wenn Sie sich niedergeschlagen fühlen. 74. Manchmal kann ein freundliches Wort oder ein offenes Ohr von einem vertrauten Freund den Unterschied machen, wie Sie sich selbst wahrnehmen. 75. Wenn Sie mit anhaltendem niedrigem Selbstwertgefühl kämpfen, ziehen Sie in Betracht, Unterstützung von einem Therapeuten oder Berater zu suchen. 75. Sie können Ihnen helfen, die zugrunde liegenden Ursachen Ihrer Unsicherheiten zu erforschen und Strategien zu entwickeln, um ein gesünderes Selbstbild aufzubauen. 76. Therapie kann einen sicheren Raum bieten, um Ihre Gefühle auszudrücken und negative Gedankenmuster zu bearbeiten, die Sie möglicherweise zurückhalten. 77. Also lassen Sie sich von einer Durststrecke nicht Ihren Glanz nehmen. 77. Sie haben die Kraft, Ihr Selbstbewusstsein zurückzugewinnen und stolz Ihre Stärken zu zeigen. 78. Akzeptieren Sie Ihre einzigartigen Eigenschaften und feiern Sie Ihre Stärken. 79. Üben Sie positive Affirmationen und erinnern Sie sich täglich an Ihren Wert und Ihre Fähigkeiten. 79. Je mehr Sie sich selbst pflegen und an sich glauben, desto mehr wird Ihr Selbstbewusstsein wachsen. 80. Übrigens, bevor wir zu Punkt 5 übergehen, wenn Ihnen dieses Video bisher gefällt, drücken Sie jetzt den Gefällt mir-Button. 80. Und wenn Sie kein zukünftiges, aufregendes Video verpassen möchten, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke, um benachrichtigt zu werden, wenn ich etwas Neues hochlade. 80. Gehen Sie dann in den Kommentarbereich unten und tippen Sie, wie ich abonniere, und ich werde Sie persönlich in der Familie willkommen heißen. 80. Und wissen Sie was? Ich habe ein ganz besonderes Geschenk für Sie, ein kostenloses E-Book mit dem Titel Das Handbuch zur Kontrolle des weiblichen Geistes. 81. Dieses Buch dreht sich darum, in den Kopf einer Frau zu gelangen und sie verrückt nach Ihnen zu machen, selbst wenn sie bereits in einer Beziehung ist. 81. Klicken Sie einfach auf den Link unten, um es zu bekommen. 81. Gut, lassen Sie uns weitermachen. 85. Geschwächtes Immunsystem Es mag überraschen, aber das Fehlen von sexueller Aktivität kann tatsächlich die Fähigkeit Ihres Körpers beeinträchtigen, Krankheiten abzuwehren. 81. Die Verbindung zwischen sexueller Aktivität und Immunfunktion ist bedeutender, als viele es vielleicht denken. 81. Wenn Sie nicht intim sind, kann dies manchmal zu Schlafproblemen führen, da aufgestaute sexuelle Frustration Stress und Angst verursachen kann, was es schwierig macht, erholsamen Schlaf zu finden. 81. Und wissen Sie was? 81. Schlafmangel kann Ihr Immunsystem schwächen und sie anfälliger für Krankheiten machen. 81. Wenn Sie nicht genügend qualitativ hochwertigen Schlaf bekommen, produziert Ihr Körper weniger Zytokine, eine Art Protein, das Infektionen und Entzündungen bekämpft, und damit werden die natürlichen Abwehrmechanismen Ihres Körpers reduziert. 82. Zudem kann Schlafmangel die Produktion von Antikörpern und Zellen, die Infektionen bekämpfen, weiter herabsetzen und Ihr Immunsystem zusätzlich gefährden. 83. Außerdem kann der Stress, der mit einem Mangel an Intimität verbunden ist, zu erhöhten Cortisolspiegeln führen, dem Hauptstresshormon des Körpers. 83. Hohe Cortisolwerte können das Immunsystem unterdrücken, die Anzahl der Lymphozyten, weiße Blutkörperchen, reduzieren und die Fähigkeit des Körpers beeinträchtigen, Infektionen abzuwehren. 84. Dies macht Sie anfälliger für Erkältungen, Grippe und andere Krankheiten. 85. Aber hier kommt die gute Nachricht, regelmäßige sexuelle Aktivität wurde mit einem stärkeren Immunsystem in Verbindung gebracht. 85. Intime Aktivitäten können die Produktion von Immunglobulin A, IgA, ankurbeln, einem Antikörper, der eine entscheidende Rolle bei der Immunfunktion von Schleimhäuten spielt. 86. Höhere Iger-Spiegel sind mit einer besseren Immunantwort assoziiert, was Ihrem Körper hilft, Krankheiten effektiver abzuwehren. 86. Sexuelle Aktivität stimuliert auch die Freisetzung von Endorphinen und Oxytocin, Hormonen, die Gefühle von Glück und Entspannung fördern. 86. Diese Hormone können die Auswirkungen von Stress ausgleichen, was zu besserem Schlaf und einem stärkeren Immunsystem führt. 87. Zudem wirkt die körperliche Betätigung während sexueller Aktivität wie eine Form von Bewegung, die bekanntlich die allgemeine Gesundheit und Immunität verbessert. 87. Indem Sie Intimität priorisieren, können Sie also die Abwehrkräfte Ihres Körpers gegen lästige Keime und Viren stärken. 87. Eine gesunde Sexualität kann zu einem ausgewogenären und widerstandsfähigeren Immunsystem beitragen. 88. Natürlich ist es wichtig, Intimität auf eine Weise zu erleben, die für Sie und Ihren Partner angenehm ist, und dabei gegenseitiges Einvernehmen und Komfort zu gewährleisten. 89. Neben regelmäßiger sexueller Aktivität gibt es auch andere Lebensstilentscheidungen, die Ihr Immunsystem unterstützen können. 89. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Obst, Gemüse und magerem Eiweiß ist, liefert die notwendigen Nährstoffe für die Immunfunktion. 89. Regelmäßige körperliche Bewegung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Stressbewältigungstechniken wie Meditation oder Yoga können die Fähigkeit Ihres Körpers zur Krankheitsabwehr weiter verbessern. 90. Wenn Sie einen Mangel an Intimität erleben und dies Ihre Gesundheit beeinträchtigt, ziehen Sie in Betracht, ein offenes und ehrliches Gespräch mit Ihrem Partner über Ihre Bedürfnisse und Wünsche zu führen. 90. Möglichkeiten zu finden, emotional und physisch wieder in Kontakt zu treten, kann helfen, die Intimität in Ihrer Beziehung wiederherzustellen. 90. Wenn Sie single sind, kann sich die Fokussierung auf Selbstfürsorge und die Erkundung gesunder Auswege für Stress und Frustration ebenfalls unterstützend für Ihre Immungesundheit erweisen. 90. Zusammenfassend zeigt das Erkennen der Verbindung zwischen sexueller Aktivität und Immunfunktion, wie wichtig es ist, eine gesunde und ausgewogene Intimität zu pflegen. 90. Indem Sie Intimität priorisieren und andere gesunde Lebensgewohnheiten annehmen, können Sie Ihr Immunsystem stärken und Ihr allgemeines Wohlbefinden verbessern. 90. Also kümmern Sie sich um sich selbst, bleiben Sie verbunden und halten Sie die Abwehrkräfte Ihres Körpers stark. 6. Beschleunigte Alterung Wussten Sie, dass lange Zeiträume ohne Intimität den Alterungsprozess beschleunigen können? Es ist tatsächlich so. Wenn Sie nicht intim sind, kann dies zu einem Anstieg des Stresses in Ihrem Körper führen. Dieser Stress löst die Freisetzung von Hormonen wie Cortisol aus, die Ihre körperlichen Funktionen durcheinander bringen und dazu führen können, dass Sie sich älter fühlen, als Sie tatsächlich sind. Cortisol, bekannt als das Stresshormon, wird als Reaktion auf Stress und Angst freigesetzt. Während es für die Kampf- oder Fluchtreaktion des Körpers wichtig ist, kann eine chronische Erhöhung des Cortisol-Spiegels eine Reihe negativer Effekte haben. Dazu gehören erhöhter Blutdruck, unterdrückte Immunfunktion, Gewichtszunahme und Störungen der Schlafmuster. Im Laufe der Zeit können diese physiologischen Veränderungen zu vorzeitiger Alterung führen, die sich in physischen Anzeichen wie Falten, feinen Linien und verringerter Hautelastizität äußert. Neben den physischen Auswirkungen kann Stress und ein hoher Cortisol-Spiegel auch Ihre geistige Gesundheit beeinträchtigen, was zu Symptomen wie Depressionen, Angstzuständen und Müdigkeit führen kann. Diese emotionalen Zustände können das Gefühl des Älterwerdens weiter verstärken und dazu führen, dass Sie sich älter fühlen, als Sie tatsächlich sind. Die Kombination aus physischen und psychischen Stressfaktoren schafft einen Teufelskreis, der den Alterungsprozess beschleunigt. Aber keine Sorge, ein gesundes Sexualleben kann tatsächlich dazu beitragen, den Alterungsprozess zu verlangsamen. Regelmäßige intime Aktivitäten können die negativen Auswirkungen von Stress ausgleichen, indem sie die Freisetzung von vorteilhaften Hormonen wie Endorphinen, Oxytocin und Serotonin fördern. Diese Hormone sind bekannt für ihre stimmungsaufhellenden und stresslindernden Eigenschaften und helfen dabei, die Cortisol-Spiegel zu senken und ein Gefühl des Wohlbefindens zu fördern. Endorphine, oft als natürliche Schmerzmittel des Körpers bezeichnet, lösen Gefühle von Freude und Euphorie aus, während Oxytocin, auch als Liebeshormon, bekannt, Bindungs- und emotionale Verbindungen fördert. Serotonin, ein Neurotransmitter, spielt eine zentrale Rolle bei der Regulierung der Stimmung, des Schlafs und des Appetits. Zusammentragen diese Hormone zu einem entspannteren und zufriedeneren Zustand bei und mildern die Auswirkungen von Stress, was ihre allgemeine Gesundheit fördert. Darüber hinaus kann die sexuelle Aktivität selbst als eine Form von Bewegung betrachtet werden, die zahlreiche Anti-Aging-Vorteile hat. Sie verbessert die Blutzirkulation, liefert Sauerstoff und Nährstoffe an die Hautzellen und trägt zur Erhaltung eines jugendlichen Aussehens bei. Die körperliche Anstrengung stimuliert auch die Produktion von Collagen, einem Protein, das die Haut straff und geschmeidig hält. Regelmäßige sexuelle Aktivität kann die Herz-Kreislauf-Gesundheit, den Muskeltonus und die Flexibilität verbessern alles wesentliche Faktoren für ein jugendliches Erscheinungsbild. Indem Sie intime Verbindungen aufrechterhalten, profitieren Sie nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Emotionale Intimität und körperliche Nähe können Ihr Selbstwertgefühl und Ihr Glücksgefühl steigern und bieten einen kraftvollen Puffer gegen die Stressfaktoren des Alltags. Sich geliebt und verbunden zu fühlen, kann Ihre Lebensqualität verbessern und Sie lebendiger und jünger erscheinen lassen. Neben einem gesunden Sexualleben können auch andere Lebensgewohnheiten Ihre Anti-Igene-Bemühungen unterstützen. Eine ausgebogene Ernährung, die reich an Antioxidantien ist, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Schutz Ihrer Haut vor übermäßiger Sonneneinstrahlung tragen zu einem jugendlichen Aussehen bei. Regelmäßige Bewegung, ausreichender Schlaf und effektive Stressbewältigungstechniken wie Meditation oder Yoga können Ihre körperliche und geistige Gesundheit weiter verbessern. Wenn Sie feststellen, dass Stress und ein Mangel an Intimität Ihren Alterungsprozess beeinflussen, ziehen Sie in Betracht, Unterstützung von einem Therapeuten oder Berater zu suchen. Sie können Ihnen helfen, zugrunde liegende Probleme zu bearbeiten, gesündere Bewältigungsmechanismen zu entwickeln und Ihr emotionales Wohlbefinden zu verbessern. Offene Kommunikation mit Ihrem Partner über Ihre Bedürfnisse und Wünsche kann ebenfalls dazu beitragen, Ihre intime Verbindung zu stärken und eine erfüllendere und unterstützende Beziehung zu fördern. Nutzen Sie also Intimität als natürliche Verjüngungskur. Indem Sie Ihre sexuelle Gesundheit priorisieren und bedeutungsvolle Verbindungen pfliegen, können Sie den Alterungsprozess verlangsamen und ein jugendlicheres, lebendigeres Leben genießen. Kümmern Sie sich um Ihren Körper, fegen Sie Ihre Beziehungen und feiern Sie die vielen Vorteile eines gesunden und aktiven Sexuallebens. 7. Gewichtszunahme Nun, hier ist etwas, über das man nachdenken sollte. Nicht jeder bemerkt körperliche Veränderungen, wenn er keinen Sex hat, aber für manche kann es zu Gewichtszunahme führen. Wie das? Nun, wenn Sie nicht intim sind, verpassen Sie eine natürliche Form der Bewegung. Ja, Sie haben richtig gehört, Sex kann tatsächlich Kalorien verbrennen. Die körperliche Anstrengung während der sexuellen Aktivität beansprucht verschiedene Muskelgruppen, führt zu einer erhöhten Herzfrequenz und einem höheren Energieverbrauch. Sexuelle Aktivität kann ein erheblicher Kalorienverbraucher sein. Je nach Intensität und Dauer kann sie eine erhebliche Menge an Kalorien verbrennen, ähnlich wie andere moderate Formen der Bewegung. Zum Beispiel kann eine intensive 30-minütige Sitzung so viele Kalorien verbrennen wie ein zügiger Spaziergang oder leichtes Joggen. Dieser Kalorienverbrauch trägt zur Energiebilanz bei, die entscheidend für die Aufrechterhaltung eines gesunden Gewichts ist. Wenn Sie im Schlafzimmer nicht aktiv sind, müssen Sie möglicherweise andere Wege finden, um aktiv zu bleiben. Körperliche Inaktivität ist ein erheblicher Risikofaktor für Gewichtszunahme. Ohne die kalorienverbrennenden Vorteile regelmäßiger sexueller Aktivitäten ist es wichtig, dies durch andere Formen der Bewegung auszugleichen. Regelmäßige körperliche Aktivität hilft, ein gesundes Gewicht zu halten, indem sie den Energieverbrauch erhöht, die Muskelmasse aufbaut und den Stoffwechsel ankurbelt. Darüber hinaus bietet regelmäßige Bewegung zahlreiche gesundheitliche Vorteile über die Gewichtskontrolle hinaus. Sie verbessert die Herz-Kreislauf-Gesundheit, stärkt Muskeln und Knochen, reduziert das Risiko chronischer Krankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck und fördert das geistige Wohlbefinden. Bewegung setzt Endorphine frei, die natürliche Stimmungsaufheller sind und helfen, Stress und Angst abzubauen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aktiv zu bleiben und Bewegung in Ihren Alltag zu integrieren. Ob im Fitnessstudio, beim Joggen, Yoga, Schwimmen, Radfahren oder sogar Tanzen wichtig ist, Aktivitäten zu finden, die Ihnen Spaß machen und die Sie langfristig beibehalten können. Konsistenz ist entscheidend, um die Vorteile der körperlichen Aktivität zu nutzen. Streben Sie mindestens 150 Minuten moderate körperliche Aktivität oder 75 Minuten intensive körperliche Aktivität pro Woche an, wie von Gesundheitsrichtlinien empfohlen. Neben strukturiertem Training kann auch mehr Bewegung im Alltag helfen. Einfache Aktivitäten wie die Treppe statt den Aufzug zu nehmen, zur Arbeit zu laufen oder zu radeln, Gartenarbeit oder das Spielen mit Ihren Haustieren können zu Ihrem gesamten Aktivitätsniveau beitragen. Den ganzen Tag über aktiv zu bleiben hilft, Ihren Stoffwechsel anzukurbeln und die negativen Auswirkungen von langem Sitzen oder Inaktivität zu verhindern. Eine gesunde Ernährung ist ebenso wichtig für das Gewichtsmanagement. Konzentrieren Sie sich auf eine ausgebogene Ernährung, die reich an Vollwertkost wie Obst, Gemüse, magerem Eiweiß, Vollkornprodukten und gesunden Fetten ist. Eine gute Ernährung liefert die notwendige Energie für Ihren Körper und unterstützt die allgemeine Gesundheit. Vermeiden Sie verarbeitete Lebensmittel, zuckerhaltige Getränke und übermäßige Portionsgrößen, um Gewichtszunahme zu verhindern. Zusammenfassend ist es wichtig, die Auswirkungen eines Mangels an sexueller Aktivität auf die körperliche und geistige Gesundheit zu erkennen. Das Fehlen sexueller Aktivität kann zu Gewichtszunahme führen, da die kalorienverbrennenden Vorteile fehlen. Allerdings können Sie die negativen Auswirkungen einer längeren sexuellen Abstinenz durch regelmäßige Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und andere Selbstpflegepraktiken abmildern. Ob durch Selbstpflege, professionelle Unterstützung oder ein gesundes Sexuallieben, Menschen können ihr allgemeines Wohlbefinden aufrechterhalten. Priorisieren Sie körperliche Aktivität und gesunde Lebensgewohnheiten, um Gewicht zu managen, Stress abzubauen und die Lebensqualität zu verbessern. Denken Sie daran, dass es für körperliche und geistige Gesundheit unerlässlich ist, aktiv zu bleiben, auch wenn Ihr Liebesleben gerade pausiert ist. Indem Sie die verschiedenen Auswirkungen eines Mangels an Intimität angehen wie Gewichtszunahme, Gedächtnisprobleme, soziale Isolation, Schlafstörungen, Herausforderungen im Selbstwertgefühl, schwaches Immunsystem und beschleunigte Alterung können Sie proaktive Schritte unternehmen, um Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden zu erhalten. Nutzen Sie einen ganzheitlichen Ansatz für Ihr Wohlbefinden, der körperliche Aktivität, gesunde Ernährung, emotionale Unterstützung und Selbstpflege umfasst. Diese umfassende Strategie wird Ihnen helfen, die Herausforderungen einer längeren sexuellen Abstinenz zu bewältigen und ein erfülltes und lebhaftes Leben zu führen. Stoizismus ermutigt dazu, Sex und Schönheit mit Mäßigung, Selbstdisziplin und einem Fokus auf innere Tugend statt auf äußere Wünsche anzugehen. Durch Selbstkontrolle und die Kultivierung tugendhafter Eigenschaften können, so die Stoiker, Individuen ein tieferes Gefühl von Erfüllung und Zufriedenheit im Leben erreichen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dass Sie uns auf dieser aufschlussreichen Reise begleitet haben. Wir haben viel darüber gelernt, wie das Fehlen von Intimität verschiedene Aspekte Ihrer Gesundheit und Ihres Wohlbefindens beeinflussen kann. Nun möchten wir von Ihnen hören. Was haben Sie bisher gelernt? Bitte kommentieren Sie unten und teilen Sie uns mit, was Sie gelernt haben und was Sie in Ihrem Leben umsetzen möchten. Ihre Einblicke und Erfahrungen können andere in unserer Gemeinschaft inspirieren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, hinterlassen Sie bitte Ihren Kommentar unten und vergessen Sie nicht, uns zu liken, zu teilen und unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ihre Unterstützung hilft uns, weiterhin wertvolle Inhalte bereitzustellen. Bis zum nächsten Video.